Was für ein blöder Mist! Ich habe heute morgen mein Telefon in der Waschküche hingelegt und habe es dann natürlich liegen lassen. So, jetzt bin ich schon in Nürnberg und habe hier mit meinem Blackberry, ich filme mich jetzt, hat leider nicht so eine gute Kamera und mein schönes iPhone, ich bin mir jetzt, wenn ich die nächsten vier Tage mit meinem Blackberry vorliebe. Das ist natürlich total ätzend, weil ich überhaupt gar keine Adressen oder irgendwelche WhatsApp-Kontakte und so hier in meinem Firmenhandy habe. Ich versuche das jetzt gerade mal alles irgendwie nachzuvollziehen, weil es so ein Hilfbild hat, weil er hat mein Handy damit gefunden. Naja, also ohne mein geliebtes iPhone, ich bin mir gespannt, wie ich die vier Tage durchhalte, es ist ja viel strömer als nichts zu ätzen. Ich hatte drei Themen, eins kann ich euch schon mal direkt sagen. Es gibt so etwas, was auch immer das ist, so Fleischküchle und Käsespätzle und hier so ein komisches Brot, das ist so lila eingefärbt. Ich bin gespannt, was das ist. Und trinken gibt es hier auch so ganz coole Sachen. Ich bin jetzt im Hotel angekommen, hier in Nürnberg, Novo Hotel, sehr schön. Meine Vorspeise, Sauerkraut, lecker, hier und mein Kollege isst lecker Currywurst mit Pommes. Als Hauptspeise gibt es natürlich, wie immer hier in Nürnberg, Schäufele. Oh, lecker. Ich bin jetzt im Hotel. Ich bin jetzt im Hotel. Untertitelung des ZDF, 2020